Ja Leute, heute ist wieder ein spannender Tag hier bei uns am Hof. Wir drehen vom NDR wieder für die Sendung DAS und einen Beitrag über die Melkburen. Und hier bei mir auf dem Hof ist jetzt die Solidargemeinschaft und Muttergebotene Kälberaufzuch noch ein Thema. Lasst euch überraschen, ich mache noch ein paar Fotos und in der Meierei waren wir auch schon. Also spannender Beitrag. Wann wird er gesendet? Am Donnerstag 18.45 Uhr in DAS. Okay, also jetzt Donnerstag 18.45 Uhr auf NDR 3. Das ist die Sendung.